Was machst du für eine Ausbildung? Ich mache die Ausbildung als Zersparnungsmechaniker. Werkbank oder Schreibtisch? Werkbank. Beschreibe deine Kollegen in drei Worten. Nett, lustig und hilfsbereit. Mach dein, heute Mittag gibt's Schnitzelgesicht. Was wolltest du als Kind werden? Ich wollte Flugzeugmechaniker werden. Was machen Zersparnungsmechaniker bei Schunk? Fräsen, Drehen an den Maschinen, CNC, alles. Warum hast du dich für diese Ausbildung entschieden? Weil ich es sehr schön finde, mit Metall zu arbeiten, weil es abwechslungsreich ist und man verschiedene Aufgaben hier hat. McDonalds oder Burger King? McDonalds. Wo gehst du zur Berufsschule? An die Theodor Litt Schule in Gießen. Morgen Mensch oder Morgen Muffel? Morgen Muffel. Was machst du nach diesem Interview? Ich arbeite an der Fräsmaschine weiter.